Ich lerne Deutsch. Nummer 12869 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? Magst du keinen Kuchen? Im Schlafzimmer steht eine liebevoll gestaltete Schmuckschatulle für meine Sammlung. Im Schlafzimmer steht eine liebevoll gestaltete Schmuckschatulle für meine Sammlung. Eine selbstbewusste Persönlichkeit ist sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Werte bewusst und handelt entsprechend. Eine selbstbewusste Persönlichkeit ist sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Werte bewusst und handelt entsprechend. Wir haben stundenlang Tennis gespielt. Jetzt müssen wir uns ausruhen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Ich bin Personalchefin und suche dringend motivierte Kolleginnen. Als junge Eltern haben wir uns entschieden, die Kindergartenpädagogik zu revolutionieren. Als junge Eltern haben wir uns entschieden, die Kindergartenpädagogik zu revolutionieren. Der Mond ist wie ein Schlüsselloch ins Unbekannte. Der Mond ist wie ein Schlüsselloch ins Unbekannte. Der Mond ist wie ein Schlüsselloch ins Unbekannte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist wie ein Schlüsselloch. Das ist wie ein Schlüsselloch. Das ist wie ein Schlüsselloch. Vielen Dank.